Puh, hier ist der Hahnkopf. Ich hab' noch mal schauen, wie jemand da ist. Ja, ich hab' dich gedacht, was sagt ihr? Jetzt ist der Hahn um, aber einmal wieder heriert. Ich darf sie mal, auch hier mal kommt es ja an, Seh! Ach, Mistel, ich bin noch mal auf die Kontrolle gegangen, du musst alles sehen mittlerweile. Ja, du, der Hohenbaum, der ist jetzt wieder grün! Der ist nicht jetzt wieder grün, der war grün und ich grün und wird alle bald grün sein. Ich glaub's nicht mehr, ich glaub's nicht mehr. Na, was ist denn los? Der Thomas, der hat's ja auch gesehen. Ich verstehe es nicht, jetzt geh ich. Der Thomas, der Auto ist auch, es gibt's ja nicht. So, dann sollen wir jetzt aber los. Ach, nein, ich hab kein Auge zu. Du hast dich die ganze Nacht herumfällst, der junger Hund. Also, das warst du, geh. Du hast Schlafgewandelt und hast dich alle verbeugt. Und du hast gesagt, nein, ich bin nicht mehr gut. Und du warst das nicht. Ich hab Schlafgewandelt, das ist ja ganz schlecht, wenn man stimmt. Das würdest du sofort hören. Und hoch einmal. Oh, 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 oh. Da wirka hat er daumen, dem Gejauntel, da ist ja so ein Mensch, ich kopf's nicht auf. Und kopf's nicht raus, oh, 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 oh. Jetzt hört's einmal aus Streitnest zwar, hau die Gattin an. Jetzt ist das so super gegangen, hau. Das ist so super gegangen, hau. Dem Wohnwagen haben wir so super unterstrichen, oder? Und heute ist so ein wunderschöner Tag, oder? Und alles bestens. Und wir sein Steinreich. Wir mögen ja was dran sein, dass wir mit der blauen Augen der Hunde kommen sollen. Aber wirst du was? Unseren Manderleuten erzählen mir dabei nichts. Die sollen ruhig glauben, dass wir noch arm sein. Die möchten nur wissen, wie die reagieren. Ich bin unschuldig. Jetzt weiß ich nicht mehr, Sabine nicht ist, du nicht bist, ich nicht bin. Ja, Haldi Gatti, woher kommt man das nachher? Weil irgendwoher muss es kommen, gestern war es immer auch schon so komisch. Oh da, oh da, mit meiner Unserleuper, die haben wir gegessen. Oh, ist da da, da, da. Die haben wir total gegessen, da ist noch du. Wir haben sie gestern unter die Bank. Haben wir schon gereinigt, wir haben was vergessen. Was machen wir jetzt mit der? Schaut mal, ob viele Kinder da sind. Ich schau jetzt mal, ob die Männer da sind. Bist euch schon spart, aber klopp, vorsichtig. Hier ist dein Mensch, da gibt es zu dir. Ich habe mich auch, warum? Ich habe mich auch gar nicht auch. Ich habe mich schon einmal gesagt. Man guckt und gesagt, verstehst du überhaupt nichts, hat ihn da gar nichts. Also wenn das kurz und das Zeit sein soll, dann möchte ich da gar nichts verstehen. Also sowas. Herz einmal auch ist zwar, hau die Date noch. Sag es mal jemand, warum die alle mal noch schlafen. Ja, ja, weißt du wohl, die Sabine, die hat da von deinem Lachgast, gell, eine halbe Flasche hinein in den Punkt, gell. Und jetzt schlacht ihr, aber die im Bauch hat sich gar nicht schockt. Es sei jetzt wirklich unmöglich, es ist zwar. Ja, was tun wir denn jetzt mit ihr? Die müssen das Madl wegbringen. Ja, die werden wir jetzt schon wegschaffen. Die, lass es mich gleich machen. So, wie geht damit? Ja, jetzt tun wir es ja mal zurück im Wohnbogen. Es müsst mir auch ein bisschen assistieren. Das ist ja auch schon. Du kannst schon vorlösen. Ja, ich mach das schon. Jetzt helft es mal kurz. Und ihr rein, oder? Ja, zu mir. So.